hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der nordstrich mars für einen wunderschönen guten tag wünsche euch in der letzten folge sind wir stehen geblieben beim wälderernten und zwar das war das feld war 20 der ist jetzt gleich fertig und dann werden wir gleich das stroh sammeln das war's was ich hoffe die letzte folge hat euch gefallen und ich werde sagen legen wir dann los aber auch davor muss ich noch sagen wenn ihr keine weiteren videos mehr verpassen wollt so und könnt es jetzt gerne abonnieren das wird mich riesig freuen und unterstützen und so legen wir los so jetzt stellen wir den kurz so ein das war feld 20 muss halt so das passt er ist fertig wenn wir das abtanken dann schauen wir gleich weiter wenn wir den drescher wieder zurückstellen sauber machen einloggen und dann schauen wir gleich weiter bei den dämpfer und zwar haben ein paar von euch unter die kommentare geschrieben dass sie den ingames sound ein bisschen leiser machen soll und das habe ich jetzt gerade gemacht und ich hoffe das passt jetzt für euch schreibt das auch gerne in die kommentare ob das jetzt für euch so passt oder ob ich es noch leiser machen soll so dann würde ich sagen fahren wir da schnell ins lager und dann können wir den drescher zurückbringen dann schauen wir doch bei den dänern mal bei den dornen vorbei und übrigens können wir das jetzt auch mal verkaufen und dann schauen wir gleich weiter ja da ist er auch wieder voll mit dem strom und dann schauen wir gleich weiter dann werde ich gleich wieder voll sein den rest schmeißen wir in kompost ein und dann können wir den drescher zurückbringen und sauber machen Und so, so, wir sagen, machen wir das, bei den Düngern, weiß es glaube ich nicht, jo. Dann schauen wir gleich bei der Düngerproduktion vorbei. Ich stelle mal gleich da vorne hin, aber das heißt, können wir machen so, denn ich brauche sein da. Da müssen wir noch den Brecher sauber machen. So. So. Ja, hunderttausend, jener 250, jo, das geht noch ein bisschen los. So, da passen wir jetzt noch ein paar oder ein paar Leute wollen, den Rest können wir alles in Grundposter bringen. So, dann schauen wir gleich weiter, ob wir die wieder mähen können und dann können wir uns schon wieder um die Felder kümmern, beziehungsweise ansehen und so weiter. So, dann schauen wir mal, in Gebel. Da geht wir auch um was? Achegar willkommen. Achein. so vor und war jetzt auch mal weiter da können wir das vor einfahren zu kloppen aber mit dem hochdruck kann ich auch den namens da aber doch noch mal und sage zu und ja und besser aber weiter ich hab die wiese auch noch ein bisschen Oh, das machen wir gleich noch. Oh. Das machen wir da schnell sauber. Wir sind nur am schauen, wo wir uns ein Schneidwerk gesorgen haben. Jetzt gleich sauber. Oh, aber dafür muss ich jetzt kurz auch mal schauen, wo der Schneidwerk gesorgen ist. Mal den durch hinten schon eingelassen. Wo ist denn der Textblock? Mal den jetzt Poli. Ah, der ist da. Ah, da ist jetzt. Wo ist noch herbezieht der? Ja, da müssen wir kurz mal herfahren. Dann mit dem Traktor und holen wir den Anhänger. Akkus. Dann können wir den schon wieder wegrameln. Dann können wir gleich weiter machen. Dann mit dem Traktor. Dann mit dem Traktor. Dann mit dem Traktor. und then diese Uma benessert. Und dann. Das coat ES dann bei uns unser Handeln. Dann wir da schnell backen emphas sind wir gehen. Habe ich Dia SaaS aus depression girlfriend. Da ist ein Auerhaar und diabetes. where I am sonntes. Cool. So, dann müssen wir noch den Strohsommer wieder einstellen, was ist das? Oh, jetzt gehen wir mal mal zum Strohsommer. Oh, pass das. Und gleich wieder Wetter machen. So, dann war es das. Beim Swig ist es wieder angestellt. Okay. Okay. So, dann können wir den Rest aufpassen. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Wir sehen uns auch wieder. Und wir sehen uns auch wieder. Oh, ich bin so schlüssig, wenn ich mache. Ah ja. Ah ja, ich bin so leid, ich bin so leid. Das ist... Ich schau mal kurz voran mal. Das war beim Komposter. Ich schau mal kurz voran. Ich schau mal kurz voran. Ich schau mal kurz voran. Ich soll nicht weitergehen. Ich schau mal kurz voran. Und dann passt das wieder. Jo, der ist gleich voll, deswegen warte ich da noch ein bisschen. So meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch die Folge gefallen, wenn ihr Lust habt, auch gerne ein Abo da, um keine Werte an Videos mehr zu verpassen und ein Like, wird mir auch freuen. Und dann sehen wir uns nächste Folge, bis dahin Moskau, ciao.